Am Baum. Ich seh da nichts. Ja auch nichts, meine View Distance ist nicht hoch genug. Ja, oder warte mal. Aber Spieler lassen sich davon noch gar nicht beeinflussen, meine View Distance. Eben. Ja, aber... Wenn die zu weit weg sind, kann ich die trotzdem nicht sehen. Einfach mal geschossen jetzt. Ich hab einfach mal reingeholt. Ach so, du warst das ok. Ich war das. Dacht schon. Dann geh ich nochmal auf die andere Seite, weil da hab ich vorhin auch wen mit Rüstung gekommen. Ja, da hat er doch von hinten, hat er doch auch einer versucht rein zu springen. Hier läuft einer rum. Wo ist hier? Direkt vor der Base unten. Ja unten. Hier unten. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, er läuft da rein. Da ist aber ne Sackgasse, da kommt er erstmal nicht weg. Ich muss schnell die Shotgun nehmen. Er hat Sack und alles, ne? Er hat volle Ausrüstung. Kommst du klar? Da unten steht er. Da. Sehen nicht. Da. Er ist auf der linken Seite. Bin ich vorbeigerannt? Oh, der hat auch ne Shotgun. Scheiße. Du läufst Wege, die ich nicht hinterherkomme. Der hat auch ne Shotgun, der hat auch ne Shotgun. Was? Wieso nicht? Weil da ein Hügel ist. Da ist er. Ach so. Ich renn mal weg hier. Ja, wir sind aber jetzt da. Also hier nur um die Ecke und in den Sumpf rein. Das ist der, der vorhin auch schon rüberspringen wollte, glaub ich. Der es nicht geschafft hat. Lack jetzt. Siehst du uns? Mich? Ich seh ihn hier. Bei mir? Der hat so ein Kreis. Jaja, der versucht mich zu erschießen. Ich seh ihn aber leider grad nicht. Ah, hier ist er. Knapp vor Lea weggeschossen. Ich hab ihn getroffen. Einmal. Nee, dann geht der nur drauf. Hab ihn nicht erwischt. Shit. Sind die Stacheln gelaufen gerade. Wo ist er? Wir umeinander rumpanzen. Ja. Holy shit. Das war grad genial. Beide laufen Rücken an Rücken. Ah. Oh nein. Oh, ich hab ihn getroffen. Einmal. Der ist echt viel zu schnell gerade. Bowler. Ja, ich hab keine Bowler. Ich hab ihn nochmal getroffen. Ich hab welche, aber ich treff ihn hier oben nicht. Ich hab nur ne Granate. Nein. Raus. Nicht die Base wegspringen. Jetzt hat er nur noch ne Longdeck. Er hat ne Longdeck nur noch. Ich hab ihn getroffen. Er ist gebohlert. Ja, nice. Sauber. Klapp ihn dir. Führte es. Knüppel ihn nieder im Notfall. Der hat ein Schwert. Ich hab ihn einmal getroffen. Vorsichtig. Bin nochmal erwischt. Hast du ihn? Ja, ich äh. Er kann sich sonst bald befreien. Hab ihn erschossen. Pupsi. 25. Jawoll. Hast du noch meine Bowler? Blut. Ne, ne, ne. Ich hab keine Bowler. Er hat ne Longdeck. Alter, der hat richtig viel. Der hat Longdeck, Schwert. Der hat auch ne Pumpgun. Ja, hab ich ja schon gesagt. Und 43 Schuss hat er. Und Wasser. Hat er gehabt. Hat er gehabt. Unsere Wasserleidung. Hatte er gehabt, ja. Und seine Rüstung halt natürlich. Und ein Schild. Ab zum Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Sack. Ja, so kann's gehen. Endlich hab ich auch mal einen getötet hier. Im Nahkamm. Ich werd langsam besser. Kann mir, kann, kann mir jemand das Rohr öffnen. Weil ich es? Das auch? Hängst du schon wieder drin? Nach. Ja, ich mach schon. Nach aus. Ja. Ich bin schon wieder reingescht. Dankeschön. Ja, aber das war doch cool gerade. Ein Hirschreiter hinter dir. Servus. Ja, jetzt geht's ab. Der Spielwerk knallt alles ab. Ja. Und drin ist. Es sind die Albträume. Ist okay, oder? Jo. Sollte ja. Unsere Smissi ist übrigens voll. Wo kann ich denn jetzt den seine Klamotten abladen? In den Schrank einfach. Ich hab's in den Schrank reingepackt. Ganz rechts beispielsweise. Ich mach das Tor mal zu lange zu, solange die jetzt da sind. Die Schränke hier. Kann ja irgendwie runterspringen, wenn sie wollen. Ja, da wo offen ist, kann er ja runter. Warte mal, den Schild nehm ich mir aber mal. Nein, das ist klug. Der hat mir auch schon viele Dienste geleistet. Danke für den Schild. Na ihr? Wir haben euch was mitgebracht. Kommt mal kurz. Wir übergeben euch mal unsere... Ja, wenn jemand noch ne Shotgun haben möchte, ne? Die haben uns was mitgebracht? Ja, die haben uns irgendwas mitgebracht. Schenke. 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 Vielleicht sollte ich auch das Schwert als Nahkampfwaffe mal nehmen. Mhm. Mach zu. Auch mit. Jetzt kann ich zu Fuß bringen. Aha. Ja. Das ist da? Ich weiß es nicht. Haben wir kein Metall mehr? Wie bitte? Sieht dann so aus. Ähm, was? Und schmelzen ist nichts mehr, ne? Ich hatte die ganze Zeit alles in die Schmessi. Affe. Affe und zwei Spieler, ja. Hier ist ein Fego Mustax, ein Wildes. Aber es ist low level. Laufen, ne? Wegen dem... Okay, dann brauchen wir jetzt Metall unbedingt. Oha. Für den Tericino Sattel. Kommst du schon ran? Ich glaube die ganze Munition hat ganz schön viel Metallverbrauch da. Ja. Cool. Kriegst du das Vito's? Ich hab 60 Schuss. Ja, ich will nur den Typen nicht... Ich leg mal ein bisschen Longneck Munition in die Schmessi rein, ne? Weil ich hab nämlich 60 Schuss. Das brauch ich alles gar nicht, glaub ich. Wir haben jetzt ja auch diese 97 Betäubungs-Darts. Ich weiß nicht, wie gut die Gegenspieler sind, wenn man jetzt damit einfach schießt. Das heißt, ging zum Luger. Da kannst du aber keinen Scope benutzen. Genau, das ist dann halt, wenn sie näher an der Base sind. Das war aber nicht... Das sind die Geschenke? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich... Cool. Wir haben Geschenke. Oh. Ich muss mich mal... Was für Geschenke? Was denn? Ein Paratheaterium und ein Affe. Oh, das ist doch schön. Okay. Geschenke. Muss mal schnell trinken. Vielen Dank an die Horror-Crew. Das war die Albträume, glaub ich. Oder die Albträume. Das sind die Albträume. Vielen Dank an die Albträume. Gehört zwar eh alles zusammen, aber... Ich weiß es muss nicht. Ich weiß es muss nicht. Aber... So, ähm, wer rennt eben alles mit zu den Flusssteinen und holt ein bisschen Metall? Ich komm mit. Kann man zu Fuß machen. Okay, warte. Bist du da? Habt ihr genug Platz? Wir haben jetzt hier noch zwei Brontos und drei Stegos und drei Stegos. Okay. Können wir ja noch irgendwas reden gehen zum Schluss. Sehr nett. Mhm. Oder irgendwen. Die Albträume zum Beispiel. Wieso krieg ich kein Metall? Nein, wir reden keine Wärme mit. Nein, wir reden keine Wärme mit. Ja, wenn wir jetzt... Lass mal kurz den Affen und das Warrer Zell hier stehen, ne? Ich kurz mit dir mit. Wir müssten mal ein Ziel haben, wo wir hingehen wollten. Wir wissen ja gar nicht, wenn wir hinwohin können. Und in einer Stunde haben wir dann keine Ahnung, wo wir hin müssen. Und dann rennt uns die Zeit davon. Dann rennen wir im Kreis und töten uns gegenseitig. Ja, ich mach jetzt mal einen Aufruf. Alle, die jetzt hier streamen, verfolgen und auf dem Server spielen, wenn ihr Bock habt, ne? Dann kommt einfach vorbei, wenn ihr euch noch mal battlen wollt am Schluss. Bist du blöd. Ja. Warum tust du das? Ja, aber wir haben noch nicht mehr so viel Zeit. Und dann ist Action die letzte halbe Stunde. Oder wollt ihr hier die ganze Zeit jetzt farmen? Das stimmt. Ich mein, wir können ja jetzt beim Finale, können wir uns jetzt noch zu Freiwild machen. Das können wir jetzt auch noch machen hier. Ein 126er Bronto haben wir gekriegt. Schick. Ich meine, den kriegen wir eh nicht hoch, aber schick. Da wahrscheinlich jetzt auch eh keiner mehr die Bosse anfangen wird in den letzten zwei Stunden oder anderthalb Stunden sind es ja jetzt eigentlich nur noch. Können jetzt auch alle, die wollen, die jetzt noch halbwegs Ausrüstung haben, equipt sind. Die können jetzt bei uns vorbeikommen und können, ja, Stress machen, wenn sie wollen. Da kommt auch schon ein Fallschirm angeflogen. Da kommt ein Tericino, der hier was angreift. Will nicht sterben. Ja, Shaggert. Wie beim Fallschirm-Event habe ich ihn aus der Luft rausgeschossen, ey. Wie geil. Da schnippst du die Leiche noch rum. Guck dir das an. Nein, wie die Leiche da runter wird. Äh. Ja, Stego, was killt bei Tericino? Ja, den haben wir gerade gekriegt. Das Geschenk. Wir werden gerade angegriffen unten vor dem Tor. Oh, echt? Von wem? Wo? Der Tericino. Aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und ich bin zu Fuß unterwegs. Ich nehme mal kurz den Bronto mit hinter. Der Affe jetzt überladen ist. Das Paraceatherium greift mich auch an. Das gehört anscheinend dazu. Ich seh gar nicht, wo's geht jetzt hin. Ich weiß nicht, wem was gehört. Deswegen. Rechtsrum spiel wir. Ja, ich muss erst, ich bring mal den Affen rein erstmal. Ich versuch dann eher von oben zu schießen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Aber Vorsicht mit dem Tor jetzt, ne? Dass das schnell wieder zugeht. Ich habe das gerade hinter mir ganz schnell zugemacht. Oh, ich habe gerade Lecks ohne Ende. Der Wendigo was killt. Was? Ja, ich habe Leck. Und Standbild. Ich habe Standbild gehabt. Du bist tot. Du bist tot. Ah, fuck. Oh, oh. Aber wir haben hier noch genug Hirsche drin. Ist alles gut. Ah, dann kriegt er mich jetzt auch gleich. Hier steht auch noch ein Bronto. War das das Geschenk? Ja. Ja. Da war noch ein Bronto als Geschenk. Das hat der Andross aber schnell gehört hier. Die Augenhörterung. Ich weiß gar nicht, bei welchem Bett ich spawnen muss. Base. Erste Base. Jetzt pass auf. Ich habe da kommt auch noch Hirschreiber. Innerhalb von fünf Minuten werden wir jetzt wahrscheinlich zerlegt. Ich habe dem Bronto gesagt, soll sich wehren. Genauso wie das Paracere. Ja. Ja, ich sehe es, wie sie da unten auf irgendwas einschlagen. Ja, Paraceraterium was killt bei Terricino. Scheiße. Ich, ähm. Ich gehe jetzt mal auf. Warte mal. Oh nein, das war schlecht. Die Kreativen waren das. Schon wieder. Ups. Die haben sich, äh. Ah ja, da kommt ein Terricino da drüben. Terricino kommt wieder. Mhm. Ich habe jetzt einfach mal eine Granate geschmissen. Oh man. Ist das Paracere von uns? Ich weiß es nicht. Ich glaube alles was gerade so, außer Terricinos, alles was außer Terricinos vor der Base steht da unten. Ist glaube ich nicht von uns. Das ist glaube ich dann von... Unser Bronto hat ein 150 Guarnodon gekillt. Da ist der Bronto tot. Was war das? Da ist irgendwas hochgeflogen. Unser Tor? Ja. Das Tor. Irgendwas explodiert. Wisst ihr wo ich gespawnt bin? In dem Haus im Redwood. Da ist Tor weg. In dem Haus im Redwood. Schriebe, was wolltest du nochmal? Das Tor ist weg, das Tor ist weg. Die Terricinos kommen rein. Ja. Nehmt euch die Granaten. Genau. Nehmt. Nehmt euch Granaten. Nehmt euch Granaten. Nehmt euch Granaten. Jetzt gibt es hier nochmal Kleinholz richtig. Scheiße. Seid ihr mal die Granate von mir in der Luft ausgeschossen? Weiß nicht. Macht mal hier auch den Terricino der vorder Base steht auf Agro. Der wird gleich angegriffen. Dass die hier nicht einfach nur rumstehen und auch was machen. Hab schon. Da kommen sie alle. Scheiße ey. Man sieht gar nichts. Oh. Oh wie schnell das geht ey. Die ganzen Hirsche drin rennen gegen das Feuer ne. Oh. Oh ich werd beschossen. Schnell rein. Schnell zu. Oh Gott. Holy Scheiße. Oh es explodiert, es explodiert. Haben wir noch Granaten? Ne. Ja in das Missy. Die haben alles hochgesprengt. Oh Gott. Sind die schon drin? Ja. Du scheiße. Granaten? Ja das bin ich. Ja. Aua. Ja. Du jagst zwar gerade alle hoch, aber okay. Vor allen Dingen jagst du unsere Tiere hoch. Echt? Ja. Du hast unsere Tiere hoch. Die Tiere sind gerade... Scheiße. Ja. Haa. Ja. Jaja. Oh man. Uh mein. Muh. Musik. Was auf! Die haben hier Schnellfeuergewehre oder sowas. Oh scheiße. Ah, die Seite ist weggesprengt worden. Hier. Ja, sollen sie machen. Sie kommen ja nicht mehr hoch. Die haben Compound-Bows. Ja. Ich habe einen Fatal-Error. Nein. Oh Mann. Bin ich tot. Der hat mich gerade mit dem Iguanodon entdeckt. Oh nein. Mein Spiel ist auch gecrashed, glaube ich. Ich bin gecrashed. Ja. Nee, Moment. Ich bin einfach nur... Ich bin nicht gecrashed. Der Server ist, glaube ich, gecrashed. Kann das sein? Nein. Nein, du bist gecrashed. Warum habe ich dann... Ich habe einen Timeout. Ach scheiße. Warum denn immer beim Kampf, ey? Was ist denn das für eine Scheiße? Das regt mich voll auf. Oh. Mann, da wird es gerade mal richtig spannend und dann fliegt man vom Server, ey. Das ist doch kacke. Aber ich muss ja oben... Ich liege ja oben, ne? Ja. Okay, gut. Hoffentlich schaffe ich es jetzt rein zu connecten. Ist es wieder drin? Ja, nee, noch nicht. Ich connecte noch. Ja, aber der Server meldet das. Wollen mich hier vom Dach sprengen. Schaffen es aber noch nicht. Das bloß aufzieht mich zur Not ein bisschen zurück, dass ich nicht runterfalle. Du stehst schon. Ja. Dann können wir dich. Der Theorie-Zinuhalter hat keinen Helm mehr. Den habe ich schon rausgeschossen. Alles klar. Oh Gott, ey. Das ist ein einziges Schlachtfeld hier. Mhm. Gehen rein, oder? Ja, ja. Du wolltest Action haben. Ja, mit dem du hast. So, du hast da hingeladen. Ja, so ist das. Ich weiß schon, dass wir noch eineinhalb eigentlich hätten. Ja, so ist das. Du sollst halt mal ein bisschen kämpfen hier. Kämpfen. Wer ist denn das? Wer steht denn da unten? Ah, Granate! Aber wir sind vielleicht nicht mehr safe hier oben, ja? Wenn man wüsste, welche Ecken die gerade wegspringen. Ja, die versuchen halt... Der Theorie steht noch hier. Ich glaube, die versuchen, die Foundations so ein bisschen platt zu machen. Ich komme in Paratia-Therium. Ah! Ist das den hier Paratia? Ja, ja. Ja, er schießt es. Es sitzt einer drauf. Ja, er schießt auf den Reiter. Ah, der ist in der Stein von dir. Aber ich habe ihn gerade getroffen, glaube ich. Wir versuchen uns hier rauszuschieben, glaube ich. Nee, der hat versucht, hier hochzukommen damit. Mhm. Ist er tot? Nein. Mann. Hier auf dem Theorie hat sich gerade einer gesetzt. Geh. Oh mein Gott. Holy shit. Wie ich den Terricino da nicht treffe, ey. Treib ich den? Weiß ich es nicht. Verschwende deine Munition nicht für den Terric, sondern nutze für die Menschen. Ja. Was sagst du so leicht? Wenn ich keine Menschen sehe. Oh, ich habe auch kaum noch Shotgun-Muni, ey. Scheiße. Ja, die Muni wird langsam wenig. Können wir noch neue machen? Ist hier noch was drin, oder? Die Pistole muss noch drin sein. Oh, es wackelt so. Ja, ich nehme die Pistole mal raus. Wow. Oh. Oha. Da unten steht jemand ohne Helm hier rechts, habe ich die Sophie nicht mit... Ja, den habe ich den Helm abgeschossen. Da ist keine Pistolen-Munition drin. Oh, scheiße. Doch, da müssten noch ein paar Schuss drin sein. Ach, da hast du alle verkwarftet, ne? Nee, diese, die ist, äh, das ist, äh, jetzt Shotgun-Munition, genau. Was für eine Ammo soll ich denn nochmal machen? Ich mache mal nochmal Long-Neck-Munition. Nein. Ja, der hat eine schöne Puff-Puff-Waffe. Ich liege oben. Ja, ich sehe es. Und auch nicht. Oh, gesprengt. Holy shit, holy shit. Oh, Mann. Okay, weißt du, was wir jetzt theoretisch machen könnten? Wir könnten jetzt aufs Dach und mit Fallschirm abspringen. Nein, da sind wir gerade gestorben auf dem Dach oben. Ja, aber, 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 aber... Ja, wusstest du, wir sind doch Smitty drin, ne? Ja. Weil du hier so nackt drum rennst. Oder im Schrank. Müsst du auch mal gucken. Ich finde, wir sollten aufs Dach gehen. Ah, hier ist aber drin, Achtung! Ja, oh. Hier seid ihr noch drin, bei uns! Ah! Hier, hier, direkt oben! Ich hab nichts! Ja, mal irgendwas machen! Box, hier. Das sind Bolas und das Smitty. Ja, mit Bolas irgendwas. Ja. Er ist wieder runter, er ist über das Paracéaterium hochgekommen. Ja, der ist da unten. Ja, das muss weg. Wagner, ruf mal die anderen, die sollen kommen. Ich glaub, die wissen das schon, die haben das ja mitgekriegt, dass wir angegriffen wurden. Hätte ich mit diesem Aufruf wohl doch noch ein bisschen warten sollen, ey. Ja. Aber das ist doch gut zu wissen, dass unsere Gegner eigentlich noch locker in der Lage gewesen wären, einen Bossfight zu machen. Ja, das ist super. So, Schränke sind jetzt weg. Ja, wie das ein Schlachtfeld ist, ey. Ha! Aufs Dach, ich muss aufs Dach. Oha. Unsere Sachen sind noch hier, Rissi. Achtung, Kompon von Paracéaterium aus. Ja, ich seh's. Nein! Ich hab ihn einmal getroffen. Irgendwie, hab ich gerade ne Bowler gehört? Ja, das war von mir. Ich hab versucht, den Typen zu bowlern. Ich hab ihn einmal richtig schön erwischt gerade mit nem... Achtung, Vorsicht. Ja, ja. Nein! Hä, wie hat er das denn jetzt gemacht? Oh, scheiße. Warte mal, muss ich ihn jetzt spawnen? Erste Base-Bett. Erste Base, ja. Erste Base. Scheiße. Du hast eh cool, Dom. Du musst eh warten. Ein Bett ist noch frei. Ne, ist es nicht. Doch, aber du hast noch cool da und du musst noch warten. Achso. Der Hermann mal wieder. Den Hermann kennen wir doch auch. Mhm. Der ist doch... Ah, ja, stimmt. Ah. Ich weiß. Alles klar. Jetzt kann ich... Jetzt kann ich... Jetzt weiß ich, wer. Wer, wie, was, wo. Irgendwas schlägt da irgendwo drauf rum. Passt auf, meine Leiche liegt da links, ne? Ja, ja. Irgendwer hackt da auf irgendwas. Bestimmt der Terrezino. Wenn ihr Materialieners Missy habt und gerade Luft anbaut, dann baut noch drei, vier Betten schnell, ne? Respawn at Base. Ich wär jetzt nicht gleich weggesniped. Irgendwer hackt hier hinten auf irgendwas rum. Das ist Lea mit Fall und Bogen. Sie hat das Paraciarterium getötet. Bin ich Lea? Nice. Achso, was ist sie war das? Ich bin tot. Ja, da unten ist ein Terrezino, der da in die Ecke haut. So, ich versuche mich jetzt mal hier wieder auszurüsten, ganz kurz. Hier da draußen ist er jetzt. Hirschreiter ist auch noch da. Ich hab keine Hosen mehr, scheiße. Wenn ihr keine Betten aufstellt, können wir nicht zu euch kommen. Ja, ja, ja. Moment, Sekunde. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Doch. Moment. Hier sind Schlafsäcke. Ich stell schnell Schlafsäcke auf. Das nützt nix. Das können wir nicht benutzen. Warum denn nicht? Weil du die benutzen kannst. Warum kannst du keine Schlafsäcke benutzen? Ich weiß nicht, wie das geht. Wir haben nicht genug Fetch für n'bett. Ach, Schatz. Warte, ich hab noch 120. Was hast du genommen? Was hast du genommen von den anderen Sachen? Ja, die haben mit Grapplinghook mit. Ja, na, wo? Ich hab nichts geholt von den anderen Sachen. Ich hab keine Fibers. Ich hab keine Fibers. Achtung. Jetzt steh mal. Ja, ich weiß, ich weiß. Dann schießt die mal. Nein! Was brauchen wir denn jetzt? Warte mal, was brauchen wir denn jetzt? Fetch? Ich hab Fetch. Ich kann trotzdem kein Bett machen. Irgendwas fehlt. Fiber fehlt. Wood fehlt. Alles fehlt. Fehlt alles, ja. Ich mach Betten, ich mach Betten, ich mach Betten. Ich kann machen. Aber ich bin langsam jetzt. Ihr müsst mich beschützen. Ich hab nur noch überladen. Ich hab alles. Da war doch noch Rizzi da, oder? Ja. Bett steht? Ja. Zweites Bett steht? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Achtung. Gott. Uh. Okay, der Typ muss da noch irgendwo sein, glaube ich. Der eine. Hier und hier zieht nur weiter unter uns. Hier unten, 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 nur bei mir hier. Der Ecker hier. Versuch jetzt nochmal aufs Dach zu gehen. Hat ja keinen Sinn. Hier beim Taricino, hier hinten, hier hinten sind sie. Scheiße, wir hätten uns wohl doch automatische Waffen machen sollen. Mhm. Das Paracel steht jetzt hier unten wieder. Scheiße. So, das ist tot. Ja, das ist alles tot. Ich hab's nebenbei mit Pfeil und Bogen erschossen. Rizzi, du hattest noch ganz viele Sachen hier, ne, oben auf dem Dach. Ich hol dir mal alle. Auch Longneck Money und so. Aufs Dach ist aber gerade safe. Alle aufs Dach. Ich lenke die kurz ein bisschen ab. Ich bin eh nackt und hab...